. . . Na auf, ein neues. Hm? . 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 Jetzt reicht es mehr. Nein, das darf doch nicht wahr sein, hey, das ist doch zu fach. Die Hände sind ab. Du schon wieder! Nix mehr nix, wenn ich am falschen Platz rauskomme. Ist doch Scheiße, Leute. Ist doch wieder verkehrt. Leicht nerfig. Was war denn das jetzt für ein Scherz? Mensch, der Scheißer war schon auf Rot. Wir haben eine Minute. Eine Minute ist wieder kacke. Was ist das für ein Scherz? 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 Da hat er wenigstens mitfeuern können, oder? Falter Geil ist nix 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 jetzt morgen nicht mehr sagt da war das reichheit Auf das Netz. Der Fröcksache. Scheiße, K.I. hat mich auf den Kamm Geht weiter. Wo macht man das? Na, wo seid ihr alle? Nein, bloß nicht drücken. Komm mal. Na, hat sich der kleine Musi-Kupsi versteckt. Da bin ich zu Hause. Da bin ich zu Hause. Ich hab wieder die Kupfer anbleiben. Gut, aber die Atmosphäre ist ein sehr. Geht zu Hause. Ich bin abalmend. Je brauche, es spielt die Kupfer. Doch, ihr habt ihn nicht. Scheiße Wo ist der andere? Wo ist der andere? Wo ist der andere? Wo ist der andere? Geheimtipp Ich bin da zuhause Gell, ohne doppelten Schaden ist scheiße schwer, was? Naja, gut Ist eh für mich schlechter heute